Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Mario Party Peach Cake. Es sind noch drei Runden zu spielen und ich bekomme einen Pilz. Jawohl, guck, das bringt nur schneller dein Ende in die Nähe. Oh, eine 9. Immerhin komme ich danach auf blau. Jetzt rief ich wieder einen schönen Pilz. Guck mal, der hat sich da reingefressen, was? Noch schön. Der hatte Hunger. Ey Bowser, du magst mich doch. Wir kennen uns schon so lange, das kannst du mir nicht antun. Das macht du aus Trotz, auf dass du ihn immer besiegt hast. Hm, verdammt, du hast recht. So, jetzt kann ich sogar Goomba bezahlen und den Pilz. Wenn du überhaupt so weit kommen würdest. Barret Treasure? Na, was begraben. Ha! Mit Bugs und so wieder. Wo ist er? Doch kein Bug. Uff, wo ist dieses Scheißteil? Bis zumal muss ich sogar wirklich gucken. Wo bist du? Ha! Da drüben! Hin! 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 Nein, du bist schneller! Oh, der Dicke blockiert mich! Nein, der Dicke ist vor mir da. Doch nicht aus Bildung geht zurück. Wie gut kann man eigentlich sein? Warte, 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 warte. Noch mal gleich 10 Münzen durch diesen verdammten Kuba. Ne, 20 sogar. Ja, ne. Oh, das ist meine nächste Pflanze. Meine nächsten zwei Pflanzen sogar. Ey, du hast... Ja, ich komm sogar... Ich komm sogar drauf. Das gibt's gar nicht. Das wär mies, wenn man 50 Runden spielen würde, würde die Map richtig mies sein, glaube ich. Wieso war das jetzt schon, da ich jetzt so viel Geld hab und überall schon fast Piranha-Pflanzen habe? Wenn man da 50 Runden draus spielt, Alter, und wenn man da alle zugepflastert hat mit den Dingen, gewinnt da eh der mit den meisten Pflanzen. Weil irgendwann gehst du eh auf so eine scheiß Pflanze. Komm, Dicker, auf meine. Okay, zwei Runden hast du noch. Ne, eine Runde hast du noch. Eilig, Dicker. Ja. So, jetzt nehm ich noch... Achso, ja, ist ja nur ein Brot da. Achso, man sollte ja auch gut anwählen. Das wär's gewesen, wenn jetzt trotzdem Bowser kommen würde, Alter. Ich glaub, dann würde ich vor Wut in die Tischkante beißen. Yes! Oh, Junge! Hat der grad 30 Stufen gekostet? Oh. Ich gucke. Als ob du Drogen genommen hast. Wieder zu viel Pilze. Jawoll! Verdammt! Ja, auf jeden Fall, ich bin sicher vor deinem Pflanzen. Ich glaub, das ist doch ganz gut gewesen. Überall sehe ich deine Viecher hier rumhinden. Ist doch schön. Na, nicht wenn man da raufkriegt, aber zum Glück muss ich ne Runde aussetzen. Und nicht das, da hab ich uns letztes Mal gerettet. Ich alleine. Ich? Ich alleine! Ey, ich war auch noch da. Ich hab's lieber nicht. Gar nicht. Doch, Mann. Lüge nicht. Sonst hätt ich am Ende keine 10 Münzen bekommen. Lüge nicht! Los, dicker Feuer! Ja, ich bin... Ja, ich bin Norman! Woo! Oh! Echt zwei auf einmal. Ich hab's gleich zwei weg. Pum! 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 Hast du eigentlich Glück, Alter? Pum! Ich bin Rambo! Pum! Pum! Ich bin Chuck Norris, mein ich hab'n Powerpuff! Pum! Pum! Nein! Nein! Geh weg! Wo ist denn hier das Ende, Alter? Ich hab' Angst! Na, die zwei können wir ruhig in, die zwei können wir ruhig opfern, das ist kein Problem. Pum! Warte! Hoffentlich geht Mario rein! Pum! 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 Das machen wir uns tatsächlich alle überreden, ich glaub's ja gar nicht. Hast du gesehen, wie ich's alle weggeschlagen hab? Ja, Mann. Hast du gesehen, wie ich das Teil gedefft hab? Ich hab'n nur irgendwann auf der Seite aufgeraden. Wort, drauf zu Flaggenträgern. Nimm's genauso schlecht. Ey, da bin ich gut. Zumindest mit meinem Hexer, nicht mit meinem Krieger. Mit'm Krieger, mit'm Krieger würde ich alles wegbauen, weil ich ja eh eh eigentlich, äh, Krieger-Zock eigentlich so. Was? Dann würd ich eigentlich urbomben. Komm, Dicker, geh doch mal auf mein Feld. Ich schlaf die Runde eh. Doch, ich bin noch ne Piranha-Pflanze. Das gibt's nur. Schade. Schade. Los, Dicker. Er kommt drauf. Ich weiß es nicht. Wie viel Glück kann man nur haben. Glückwunsch. Aber es gibt eh Bohnen-Sterne. Na und hast deinen zweiten Stern. Hast du dann doch den zweiten Stern. Hauptsache der Dicke und der Affe gewinnt nicht. Von da ist mir egal weg. Und die Abonnenten haben gesehen, was passiert, wenn man ein Drauftritt. Oh, jetzt meine Pflanze ja weg. Ist ja scheiße. Ich hab gedacht, die bleibt. Ja, ich chill ne Runde. So, das letzte Spiel. Komm, noch ein cooles. Ich hab gedacht, nicht schon wieder Slotkart-Durby eh. Da wär ich ausgerastet. Ob ich das noch mal spielen müsste. Hey, ich hab rüberge... Ich hab den Satz schon mal in der Art schon mal, oder? Ah ja, mit dem haben wir. Dum 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 dum. Ich mach hier einfach meine Ecke hier unten einfach. Boah. Da wüscht er auch gleich den dicken Blau. Glaubst du nicht? Und der gleich den nächsten hier. Hat der Bengel ein Glück? Geh weg, Fettsack. Ey, das ist meiner. Den hatte ich zuerst. Meiner, 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 meiner. Finish! Ich hab drei insgesamt jetzt. Äh, tatsächlich die beiden mit den meisten. Ja, weil du Fettsack dich da breit gemacht hast. Was? Was ist denn da? Superstar! Oh, Letzter. Aber meist Münzen bist du. Hey! Hast du schon mal einen Stern mehr? GameStar! Luigi! Verdammt! Ich hab die meisten Spiele gewonnen, unglaublich! Verdammt, jetzt steht's 3-2 für dich, ne? 2-2! CoinStar! Luigi! Jetzt steht's 3-2! Komm, gib mir auch noch was! Luigi! Ey, wie ich alle drei gewonnen hab! Alter, was los? Ja, komm, noch etwas, was du geben musst. Ah, okay, ganz klar, du. Krass, Mann, wie ich einfach nur alle gemacht hab! Scheiße, Alter! Wie krass! Richtig nice! Naja, immerhin einer von uns. Ich bin Zweiter. Und damit haben wir das schon mal, äh, in Dings ausgeglichen. Und ich hab gedacht, äh, Dings ist... Abgeschmiert, glaub ich, oder? Ja. Egal, diesmal konnten wir bis zum Ende zocken. Und ja, damit haben wir, äh, Donkey Kong besiegt, diesmal. Nächstes Mal geht's weiter mit Mario Party und natürlich auch mit den anderen Let's Plays in World of Warcraft. Seht ihr mich und der mal wieder zusammen oder in den World of Warcraft Specials? Wo sind wir noch zusammen? Was sagten wir noch? Das war's, ne? Hm, was? Ja, vielleicht noch später Raids zeigen und so, ne? Natürlich die Raids, das kommt ja... Ich sag ja, World of Warcraft. Aber das machen wir, glaub ich, nur wenn die Zuschauer das auch wirklich wollen. Ja, das ist ja dann alles in den Specials. Naja, sonst seht ihr uns in den ganzen... Wir spielen ja alle Mario Party, äh, Karten und alle Mario Partys durch, genau wie Mario Kart. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten. Bis dann und ciao, it's on, adios. Bye, bye.